Und der dritte und letzte Finalist ist tatsächlich mein Lieblings-Zigarettenschachtel-Porzellanira, der Julius. Auch der ist im Finale und wir gucken uns seinen Finaltext jetzt an. Hello again. Oh Gott, das geht jetzt schon los. Das Astra hat mir schon gut gemundet. Davon mal abgesehen, der nächste Text passt auch zu meiner neu erfundenen Reihe Ich hasse Menschen. Kennt ihr vielleicht noch von vorhin. Er passt auch gut zu diesem MySpace-Spiel, was immer an der Seite erscheint, wenn man sich auslockt. Füttere den dicken Jungen, bis er seine Freundin ankotzt. Und der macht es wirklich und drückt sie mit seinem Kotzeschwall durch die Wand. Aber warum machen die, aber das ist wie Jamba. Der Text jedenfalls ist überhaupt nicht mehr lustig. Es geht um Frauen. Ich hoffe, einige fühlen sich angesprochen. Jetzt genug der Vorrede. Aspekte der Tiefe Teil 1 Ich habe Vanessa bei keinem Tango-Kurs kennengelernt, denn ich habe nie einen Tango-Kurs besucht. Vanessa hat einen Tango-Kurs besucht, hat dort sogar jemanden kennengelernt, ihren Tanzpartner. Diese wiederum kennt jemanden, den ich durch jemanden kennengelernt habe, den ich kenne. Und so habe ich Vanessa kennengelernt. Sie trank Rotwein. Das passte zum Tango, für mich zumindest. Ich trank Kölsch. Kölsch ist gut, man kann nie zu viel trinken. Das würde zu lange dauern. Weil die Gläser so verdammt klein sind. Ich habe am eigenen Körper erfahren müssen, dass kleine Gläser zu kürzeren Intervallen zwischen den Pissen führen. Ich weiß aber nicht, ob das empirisch verifizierbar wäre oder pietätlos. Vanessa war groß. Das ist beim Tango bestimmt von Vorteil. Sie hatte auch so ein strenges Profil, leichte Hakennase, war dünn, ein enges Kleid hätte ihr gut gestanden, hatte sie aber keins an. Vanessa war die einzige Frau in unserer Gruppe, rechts drei Männer, dann sie, dann links nochmal drei Männer und ich mittendrin. Klar, dass jeder mit ihr quatschen wollte und deshalb keiner mit ihr sprach. So ging das eine Weile, wir Männer sprachen über Sport und Titten. Vanessa trank stumm einen und noch einen Wein. Irgendwann teilte Matze Sambuka an alle aus, auch an Vanessa. Sie zierte sich, sie regelte sich mit ihrem langen Körper auf einem Barhocker, der sie um einen halben Kopf größer machte als Matze, der neben ihr stand. Vielleicht kam er ihr deshalb immer näher, 30 Zentimeter, dann noch zwei vielleicht irgendwann. Erzählt ihr was vom Schweizer Fußball. Sie knallte den aufgrund ihrer Ziererei unangetasteten Sambuka auf den Tresen, schob ihn von sich weg, während sie sagte, hey, ich hatte einen anstrengenden Tag, ich war gerade anderthalb Stunden tanzen und würde mich gerne über was Tiefes unterhalten. Marianngraben, brustete Matze, spuckte dabei großzügig Sambuka und Kaffeebohnensplitte über mein Gesicht und die Theke. Er wettete sich ab und unterhielt sich mit Vanessas Tanzpartner. Überhaupt Tanzpartner. Wie auffällig ist das bitte schön? Tanzpartner sind doch wohl die potenziell Ersten, die sich in einen verlieben, aber die Letzten, die sich trauen würden, was zu sagen. Dabei ist das so klar, man ist sich nah, man muss einander vertrauen, man muss sich fallen lassen können, man muss sich riechen können, alles da. Und warum wird nichts draus? Weil die Menschen sich zu viele Gedanken über Tiefe machen, weil sie ihre Aktionen in andere Menschen hineinprojizieren, weil der Mensch so geschaffen ist, dass er sowohl seinen nächsten Schritt berechnet, als auch Möglichkeiten der daraus folgenden Verkettung. Einseitige Schlussfolgerungen folgern auf einseitige Schlussfolgerungen, weswegen man am Ende doch nicht das tut, was man eigentlich gerade tun wollte. Beispiel, ich will mit dem Rauchen aufhören, hab aber mal gehört, dass man mit dem Rauch aufhört, fett wird, weil man mehr isst. Außerdem kann man nie mit anderen weggehen, weil die rauchen, alle rauchen und man selbst sitzt alleine in der Ecke und riecht frisch gewaschen. Zumindest aus dem Mund, deshalb hört man doch nicht auf. Moment, hatte ich das gerade alles aufgrund von Vanessas Wunsch nach mehr Tiefe gedacht? Verrückt. Ich drehte mich, während ich mir lachend den Sambuka aus dem Gesicht wischte, total cool zu ihr rum, sah ihr in die Augen und sagte, okay, sprechen wir über was Tiefes. Und wir sprachen in erster Linie über sie. Ich hegte die Vermutung, dass das mit Tiefe gemeint war. Tiefe nicht im Sinne von Universum, Staubkorn, Illuminaten oder die Diskussion der Frage, ob Gott, wenn er mal zufällig Richtung Horizont ginge, auch irgendwann nicht mehr zu sehen sein würde, ob er auch heruntergefallen wäre. Tiefe nicht etwa im Sinne von, wo komm ich her, wo geh ich hin. Tiefe nicht im Sinne von, werden es meine Kinder in dieser Welt gut haben, wenn ich immer vierlagiges statt zweilagigem Toilettenpapier kaufe, nicht die Tiefe, die einem der Schlaf bringt und so weiter. Und wenn wer sprach, dann doch kaum ich. In den buntesten Farben wurde mir als Tiefe verkauft, was eigentlich der Hilfeschrei einer zutiefst verunsicherten jungen Frau war, mit abgeschlossenem Studium und Job bei der EU, aber doch so völlig ohne Perspektive. Ich hörte ihr eine Weile lang zu, weil ich dachte, das wäre das, was sie meinte, nachdem ich gemerkt hatte, dass das, was ich unter Tiefe verstand in diesem Zusammenhang kaum Beachtung finden würde. Es ging also wieder mal um Männer, die sie verlassen hatte, die sie verlassen hatten, Männer, an die sie sich nicht verlieben konnte, weil sie so schlimm verletzt worden war. Ich sprach von gegenseitiger Akzeptanz, von Bewunderung für den Partner, die wechselseitig funktionieren müsste und fragte sie natürlich auch, was ihrer Meinung nach bewundernswert an ihr wäre. Na, ich dachte, das sagst du mir. Also doch nur Flirtereien, paar aufbauende Worte von einem dicken Jungen, der morgen sowieso wieder weg ist. Pass auf, ich bin nicht hier, um dich aufzubauen, wir werden keine Beziehung haben, dementsprechend brauche ich dir keine Komplimente zu machen. Ich kann auch keine Komplimente, da ist das Verhältnis zwischen Aufwand und Nutzen doch relativ gering. Zumindest, wenn man One-Night-Stands nicht mag, also bewunderte Eigenschaften an dir, Hop-Hop. Sie schaute ein wenig verlegen, legte dann aber los. Ich bin schlank und hab Humor, ich bin lieb, wenn ich verliebt bin, ich kann tanzen so ein bisschen, ich bin für meine Freunde da mit mir, kann man echt Party machen. Das nächste Kölsch trank ich mit einem Zug aus. Das war ja nicht zu fassen, in der Werbebranche wäre diese Frau verloren. Ich kann gut Kaffee kochen, ich bin häuslich, ich verstehe Spaß, das sagtest du bereits. Jetzt mal was anderes, wir wollten doch über was Tiefes sprechen. Verstehe ich das richtig, dann sage ich dir mal was, auch wenn das hart ist. Das, was du kannst, können alle, vielleicht nicht jeder in dem Maß wie du, aber annähern. Mach dich nicht so klein, was kannst du? Ah, ich gehe pissen, sagte ich und ging pissen. In den Pissoirs lagen Schamhaar-Auffangmatten, auf denen kleine Tore aus Plaste installiert waren. In der Mitte der Tore hing ein an einer Angelschnur aufgespannter kleiner roter Seifenfußball, den ich mit meinem Strahl zu lustigem Tanze zwang. Der Ball wurde weiß und ich dachte an die Wunder der Technik und daran, dass Tiefe für Frauen doch eigentlich war, dass man sich in ihre Untiefen begab, auf zuhörende Art und Weise und ich hatte schon so lange zugehört, eigentlich wollte ich schlafen. Ich ging nach vorne in die Kneipe, Matze zog sich gerade an und wollte zahlen, was nicht ganz klappte, weswegen ich ihm mit sauren Gedanken einen Zwanziger in die Hand knüllte. Vanessa saß da, sah mich mit großen Augen an. Hey Vanessa, ich glaube, wir haben jetzt genug Tiefes bequatscht, ich bin irgendwie... Matze schlug mir auf die Schultern, unterbrach mein mühsam vorbereitetes Verabschiedungsplädoyer. Wir ziehen auch in so einen Hausclub, ich will jetzt dancen. Ich wollte eigentlich schlafen, aber lieber Haus als Hotel. Vanessa schüttelte den Kopf, ich komme nicht mehr mit, denke ich bin nachher ganz schön fertig. Während wir nach draußen gingen, versuchte Matze sie zum Mitkommen zu überreden, ich versuchte nicht allzu froh auszusehen. Dann standen wir noch eine Weile unschlüssig herum draußen, es regnete. Mit einem Mal hakte sich Vanessa bei mir ein, ich sah sie an, versuchte das zu ignorieren, was in ihren Augen flackerte, so eine komische Leidenschaft, die sich in verkrampftem Küssen und Rumgefummelt bei ihr auf dem Kokosläufer wohl würde entladen können. Eine Leidenschaft, die ich überhaupt nicht spürte. Komisch eigentlich, sie verstanden mich irgendwie falsch. Jetzt sag es, was. Na, das Kompliment, was du mir machen willst. Kompliment? Oh Mann, der Körper als Geste, wie oft macht man am Tag Bewegungen, die von anderen Menschen als Geste empfunden werden? Nun gut, jetzt musste ich mir was einfallen lassen. War echt nett, die Unterhaltung total tief, so. Sie lächelte mich an und in das Lächeln hinein oder aus dem Lächeln hinaus kam, na siehst du, das geht doch. Ich dann, naja, zum Lügen erziehen einen immer die Frauen, normal kann das der Meinung nach nicht. Ich drehte mich weg und ging. Vielen Dank. Und das waren sie, alle drei Finalisten mit ihrem Finaltext. Jetzt sind ja alle Fände für die Bewertung schon weg. Jetzt wird unter den dreien mit Applaus entschieden. Wer also den lautesten, dollsten, jubelndsten Applaus bekommt, ist der Gewinner und darf dann mit dem Wodka heute Abend ins Bett gehen. Wir gucken mal, wer das wohl wird. Ihr seid in euch gegangen, habt mit euch selber Rat geschlossen. Wer, wen ihr gerne zum Sieger des heutigen Abends wählen würdet, denkt daran, klatscht bitte nur für den, den ihr wirklich zum Sieger küren werdet. Alle anderen waren auch gut, sie haben ihre Texte selber geschrieben, sehen nett aus. Trotzdem, es kann nur einen geben. Wer dafür ist, dass Julius Fischer den heutigen Abend gewinnen sollte, der applaudiere bitte jetzt. Und wer denkt, Marco Bekling hat hier euch zum Kollektivmorgasmus geführt, der klatscht bitte jetzt. Das wird interessant. Wer hingegen der Meinung ist, auch das östlichste Ostdeutschland sollte mal zu einem Sieg am heutigen Abend kommen, der applaudiere bitte für Udo Tiffard. Meine Damen und Herren, wir haben eine Premiere beim Dresdner Potus, eben den ersten Dreifach-Sieg der Geschichte gewonnen haben, Julio Fischer, Marco Bekling und Udo Tiffard. Das war er. Der allererste Dreifach-Sieg auf unserer Tour im sehr, sehr freundlichen und sehr, sehr schönen Dresden. Es war toll hier. Ich gehe jetzt mal Richtung nach Hause, allerdings muss ich unterwegs noch an der Disco ein bisschen tanzen vorbeigehen. Wir sehen uns in München. Bis dann.